Herzlich Willkommen bei Sonnenholzer Beratung. Mein Name ist Dieter Sonnenholzer und ich führe seit über 25 Jahren die Sonnenholzer Beratung als Unternehmensberatung und Coaching-Begleiter für viele Unternehmen am Markt. In all den Jahren habe ich vieles an Methodiken erlebt, erfahren und habe gesehen, was daraus geworden ist. Wenn es ums Qualitätsmanagement geht, dann kommen schnell Begriffe wie Kaizen, Kanban, S5 oder S6 ins Spiel, wie man Unternehmen gut ausrichten kann. Die Japaner haben diese Systematiken aus dem amerikanischen Denkansatz von Deming mitgeholt und wir haben in Deutschland mit REFA und ähnlichen arbeitsorganisationstechnischen Ansätzen auch unsere Zeichen gesetzt. Ich habe von vielen Handwerksunternehmen und Mittelständlern, die im Familienbesitz sind, auch Wertethematiken miterlebt, die Unternehmen genau in diese Richtung geführt haben. Wir sind heute in der Lage, sehr bodenständig auf die Mentalitäten der Menschen in Unternehmen einzugehen und diesen Drive in Unternehmen hineinzubringen, dass diese Systeme nicht bloß für wenige Tage gelten, sondern mittel- oder langfristig implementiert werden können. Wenn Sie interessiert, wie wir das machen und mit welchen Werkzeugen, würde ich gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Sie können uns jederzeit kontaktieren unter unserer E-Mail-Adresse sonnenholzer.de oder unsere Rufnummer 089 für München 99 020 444. Bis bald. Ich würde mich sehr darauf freuen.